Oh! Namm, 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 namm... Tag, der Marco vom merlichen Essen. Heute gehen wir in die Tex-Mex mexikanische Küche. Also in die Richtung zumindest. Es ist natürlich ein bisschen eingedeutscht. Und zwar machen wir einen Burrito. Ein Steak-Cheese-Burrito. Aber mit was ihr es füllt, ist eigentlich egal. Weil das Wichtigste, auch wenn es komisch klingt, bei so einem Burrito ist eigentlich die Füllung. Und zwar die sattmachende Füllung. In diesem Fall der Burrito-Reiß. Den mache ich heute auch mal mit. Ja, das Ganze ganz einfach, ganz schnell da hinten unten bei mir in der Küche. Burrito, Mexiko. Ei, 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 ei. Hier liegt alles, was wir für unser Burrito brauchen. Burritos übrigens, ja, heißt Eselchen. Man weiß nicht genau, woher. Entweder, weil die eingeklappten Ecken nachher von diesem Tortilla-Laden aussehen wie Eselsuhren. Oder weil es aussieht wie früher so ein Gepäckstück, was Esel zu tragen haben. Lange Rede, kurzer Sinn, wir sind hier nicht in der Schule. Was brauchen wir alles? Als allererstes brauchen wir Käse, hier für unsere natürlich Steak-Cheese-Burrito. Wir brauchen, wie schon erwähnt, so ein Tortilla-Fladen, so ein Wrap-Fladen, kriegt man überall. Avocado, wie man die Avocado hinkriegt, das zeige ich euch eben. Das mit der Avocado, das funktioniert eigentlich ganz einfach. Hier haben wir so eine Avocado und die schneiden wir ein. Den wir hier einmal in die Mitte reinschneiden und dann kommen wir nämlich wunderbar, hier in der Mitte, merkt man, es ist ein Kern. Und jetzt einfach mal drumherum schneiden. Ja, das heißt, zack, man geht quasi drumherum und dann seht ihr schon, zack, Avocado und jetzt der Kern raus. Und das funktioniert wie folgt, einmal reinschlagen, rausholen. Genau, genau leicht. Ja, jetzt liegt sie da und einfach aushöhlen, indem wir hier mit einem großen Löffel am Rand langgehen. Zack, und einmal umgedreht. Perfekt. Da liegt sie, jetzt einfach nur noch in Scheiben schneiden, einmal so ganz kurz runter. Das geht wie von selbst. Und jetzt ganz wichtig bei Avocado, sonst läuft sie uns gleich an, mit ein ganz bisschen Zitrone. Zack, und dann läuft sie nicht so an, weißt du, dann wird sie nicht grau, bleibt schön grün. Perfekt. Geschnitten, bringt nachher so eine schöne Fettigkeit rein. Ein gebratenes Rinder-Minuten-Steak. Welches Steak ihr nehmt, ist euch überlassen. Aber dann wird mit einem Burrito arbeiten und Käse und Soße, muss es wirklich nicht das Allerteuerste sein. Und ich gehe noch mal ein bisschen näher ran, also ihr seht hier, noch so ein bisschen blutig im Kern. Blutig ist es ja nicht rot. Gar nicht so schlecht, finde ich. Und wie ich das gemacht habe, das zeige ich ihr auch ganz schnell. Meine Grillpfanne ist an, Stufe 5 von 6. Wir brauchen Zunder. Und jetzt unsere Rinder-Minuten-Steaks. Ja, rein damit. Und bei der Dicke auf jeder Seite 90 Sekunden, vielleicht 2 Minuten. Und nach 2 Minuten drehen. Und die andere Seite genauso gut 2 Minuten braten lassen. Und nach 4 Minuten raus damit. Ja, raus sind sie aus der Pfanne. Und jetzt mal eben anschneiden. Mal gucken, wie unser Steak geworden ist. Na, da habe ich aber schon Schlechteres gesehen. Perfekt. Das Ganze pfeffern wir noch. Salzen. Fertig. Ja, Steak gemacht, ne? Und dann haben wir hier unseren Burrito-Reis. Denn in einem Burrito, da kannst du echt reintun, was du willst. Rindfleisch, Schweinefleisch, Hähnchenfleisch, Thunfisch, wenn du möchtest. Eins ist fast immer drin. Dieser Burrito-Reis. Denn das ist die Sättigungsbeilage. Weil so ein Burrito ist eigentlich so ein arme Leute-Essen. Und wenn man diesen Reis macht, das zeige ich euch auch. Meine Pfanne, Stufe 4 von 6. Und da kommt jetzt ein bisschen Öl rein. Etwa zwei Esslöffel, die brauchen wir auch. Eins, zwei. So, ungefähr. Einmal schön verteilen hier. Und jetzt kommt da Reis rein. Handelsüblicher Reis. Jetzt ist ein Becher voll. Und den, den braten wir jetzt an. So etwa, zwei bis drei Minuten. Beim Reisbraten ist nur eins wichtig. Immer mal wieder wenden. Damit er uns ja nicht anbrät hier. Ja, Reis kann man anbraten. Wie gesagt, immer dafür sorgen, dass der Reis sich ein bisschen bewegt. Und auch alle Körner was von unserem Pflanzenöl abküren. So, die drei, vier Minuten sind rum. Und jetzt machen wir Platz. Für etwa 100 Gramm Tomatenmark. Das wollen wir zu Anfang mit andraten. Dadurch verliert das so ein bisschen seinen bitteren Geschmack. Ganz kurz hier in der Mitte mit andraten lassen. Und dann schön untermengen. So, kommen wir kurz hier so hin und her. Und dann können wir das auch gleich mit dem Reis vermengen. Wenn jetzt nicht dieses Reiskorn, was vom Tomatenmark abbekommt, das ist an dieser Stelle nicht das allergrößte Problem. Jetzt kommt Knoblauch dazu. Zwei geschnittene Knoblauchzehen, feingeschnitten, auch eben rein hier. Und untermengen. Jetzt würzen wir das Ganze mit Salz. Ungefähr einen halben Teelöffel. Pfeffer. Ein Viertel Teelöffel. Und drei Viertel Teelöffel Kreuzkümmel. Perfekt. Ein letztes Mal das Ganze kurz bewegen. Und jetzt kommt das Wichtigste für Reis. Wasser. Reis braucht Wasser. Und zwar immer etwa doppelt so viel. Wir hatten einen Becher Reis. Nehmen jetzt zwei Becher Wasser. Stellen unsere Pfanne von vier auf drei oder zwei. Es muss jetzt nur noch köcheln. Das liegt immer so ein bisschen am Herd. Ich schalte jetzt runter auf zwei. Und dann kommt der Deckel drauf. Und wir warten 20 Minuten ab. Es besteht ja schon. Nach zehn Minuten seht ihr hier wunderbar. Der Reis quillt schon schön auf. Man kann es nochmal umgüllen, dann sieht man es noch besser. Er ist schon richtig schön dickflüssig geworden. Was heißt dickflüssig? Er saugt sich halt voll mit dem Wasser und dem Tomatenmark und natürlich auch dem Fett und den Zwiebeln. Zwiebeln? Knoblauch. Und man könnte ihn jetzt einfach weiterquellen lassen. Aber ich liebe es, wenn noch Bohnen dazu kommen. Jetzt kann man rote Bohnen nehmen, schwarze Bohnen. Ich habe mich für so schwarze Chili-Bohnen entschieden. Hier, sowas hier. Seht ihr das? Schwarze Chili-Bohnen. Du hast jetzt gerade beim Discounter. Finde ich mega. Und da nach Gusto. So viel ihr heute wollt. Je mehr, desto schärfer. Und einfach so drei, vier Esslöffel rein. Na komm, fünf. Verteilen. Und die Bohnen halt in den letzten... Oh, kann fast noch mehr, wa? Mal kurz verteilen und dann entscheide ich. Ne, passt. Soll ja nicht Bohnen mit Reis, sondern Reis mit Bohnen sein. Und die letzten zehn Minuten noch mal ein bisschen quellen lassen. Ich schalte jetzt meine... meinen Herd sogar noch weiter runter auf eins. Das reicht dann zehn Minuten noch mal. So, aber die sind jetzt 15 Minuten rum. Nicht 20, aber ich habe für mich entschieden. Das reicht. Perfekt. Ihr seht, die Flüssigkeit ist komplett in der Pfanne beziehungsweise im Reis. Das heißt, wir haben hier einen richtig schönen, schlotzigen, saftigen, ach, geschmacksvollen Reis mit Chili-Bohnen. Die haben wir noch mal schon näher ran. So soll es aussehen. Mega! Ihr habt gesehen, woraus der Burrito gleich alles gemacht wird. Ich habe das ja, den Wrap, das Tortilla Wrap, wie auch immer, kurz in die Pfanne gelegt, damit es ein bisschen weicher ist. Und jetzt kommt unser Reis in die Mitte. Wie gesagt, ist die Sättigungsbeilage beim Burrito. Und wie wir den Reis gemacht haben, das habt ihr alle gesehen. So, schön ein bisschen Reis. Macht satt. Jetzt die Avocado. Die bringt ordentlich Fettigkeit mit ins Spiel. Macht das Ganze noch saftiger, als es eh schon ist. So, da ruhig hin. Jetzt ein paar Steakscheiben. Und noch so eine kleine hier. Kommt. Bups! Ein bisschen Käse. Perfekt! Und jetzt wird das Ganze eingerollt. Dafür einfach hier am Ende einmal aufklappen. Jetzt habe ich mir schon ein bisschen mehr Zeit gelassen, als man eigentlich sollte. Dadurch ist der Tortilla Flan wieder ein bisschen härter. Aber jetzt einmal umschlagen. Zack! Dann hat man ihn hier so. Und dann kann man das so zusammenrollen. Perfekt! Das hier, das sollen die Eselohren sein. Oder halt der ganze Packen auf dem Esel. Keine Ahnung. Burrito halt. Fürs Eselchen. Zum Schluss nochmal die heiße Pfanne und unseren Burrito hier ganz kurz reinlegen. Und ein paar Grillstreifen drauf zaubern. Und dann einmal wenden. Und auf der anderen Seite genauso. Achtung! So! Und dann ist er auch schon fertig. Unser Burrito. Rausholen! Perfekt! Ach! Da liegt er! Da liegt es! Mein Eselchen! Ja, guckt euch das hier an mit dem Fleisch. Ach, da guckt er noch raus! Ach, perfekt! Hier nochmal von näher dran. Fleisch, Käse, Reis. Ist das nicht geil? Dazu so eine mexikanische Salsa. Ach, perfekt! Arriba, arriba! Andere, Andere, Andere! Da ist es! Hohoho! Sieht doch Hammer aus, oder? Dann möchte man noch glatt reinbeißen. Und das kann ich machen. Hm, furcht! Im Namen der Wissenschaft schnappe ich mir mal hier so ein halbes Eselchen und ganz bisschen Soße. Mahlzeit! Hm! Hm! Ohne Queckern geht ja nicht, ne? Hm! Ach, nein! Ich stehe auf so eine Schlotze-Fotze! Scharfe Taco-Soße oder Salsa-Soße Steak, Käse, die fettig, schmierige, aber geile Avocado, Reis! Mega! Müsst ihr nachmachen! Süß-sauerer Marco vom ehrlichen Essen! Hm! Hm! Tach, der Marco vom ehrlichen Essen. Heute machen wir erstmal die Brille beschlagsfrei. Na, jemand aufgefallen? Neue Brille? Neue Brille? Jemand aufgefallen? Ah, jetzt sehe ich auch wieder was. Tach, der Marco vom ehrlichen Essen. Heute gehen wir in die Tex-Mex, in die mexikanische Küche. Und natürlich ist es eine eingedeutschte mexikanische Küche. Also, wenn das jetzt ein echter Mexikaner sieht, der sagt wahrscheinlich, karamba, karamba, ui, 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 ui. No, 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 no. Voller Stereotypen. Ha, nochmal. Schön, dass du zugeschaut hast. Das freut mich. Und jetzt guck mal, vielleicht interessiert dich ja noch eins davon. Oder davon. Und ansonsten freue ich mich auch über jedes Abo. Dankeschön fürs Zuschauen und bis bald. Vielen Dank. Vielen Dank.